La la la, hi. Hi, hallo, hallo. Yay. Oh, yay. Und das war's. Leberfleck, man. Okay. Das bla 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 und so. Bla so, läuft alles. Ich bin wieder fast zum Verhungern hier. Alles. La la la. La la la. Und so. Weißt du Bescheid. Moin, moin, liebe Leute. Wir sind wieder zurück mit wir. Da meine ich auch hier da den Holly, der jetzt total anders aussieht. Ja, ich hab mich voll verändert. Genau. Und ihr könnt euch aussuchen, ob das ein Grinsen sein soll oder ein riesiger Leber. Leberfleck über seinem Mund. Übrigens hat mir das der Marcuse Usu Kater gemacht. Dankeschön. Ach, den hab ich auch schon ein paar Mal in den Kommentaren jetzt gelesen. Seitdem du da bist. Ja, der verfuckt mich überall hin. Naja. Hab ich ein Feuerzeug dabei? Äh, nein. Ich hab auch kein Feuerzeug in die Hand. Okay. So. Ich frag nur. Naja. Hust. Auf jeden Fall hab ich so ein Leberfleck im Gesicht. Ähm, gut, ich gestehe es, ich hab einen fetten Leberfleck an der rechten Seite. Warte, guck mal her. Ich kann den ganz schnell entfernen. Ja. Oh, das war die Nase. Egal, den brauch ich nicht. Na super, jetzt bin ich im, ähm, Oli-Bodus. Jetzt näselst du ein bisschen, ne? Ja. Was hab ich denn? Hatte ich hier noch was in der Dings? So, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Äh, 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 äh. Ich will er weiter ausbauen. Genau, wir können ja noch ein bisschen ausbauen. Ja. Äh, du schuldig. Vielleicht sollten wir die Decke einen höher setzen. Die Decke einen höher setzen. Ja, das würde... Oder wir machen das hier. Das natürlich gar nicht scheiße aussieht. So. Das sieht doch sehr, ähm, interessant aus. Ja, ich hab letztens Tino Wittler geguckt und die hat das genau so gemacht. Alter, aber man könnte ja tatsächlich mal so, das ist gut, das ist jetzt eher so, ach ne, das ist gar nicht. Wo zum Teufel bist du hin? Ach, da bist du. Du bist wie eine Katze. Du bist, wow. Mau. Nemo, ach, das war mein Oli jetzt. Mau. Okay, okay. Ach ja, hier haben wir doch noch eine Höhle. Ich hab mich doch hier so eine... Pass auf, hier. Da. Da geht's rein. Oha. In eine Höhle. Uh. Wir fahren, warten dort auf mich. Im Moment noch nicht so spannend, wa? Die Höhle. Ach so. Aber eine Menge Kies, ne? Ja. So, wir sind durch. Ja. Wir könnten uns jetzt natürlich hier auch durchgraben, aber ich hab hier noch eine Schaufel. Zack, 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 zack. Ich cheate jetzt voll. Ich wollte gerade sagen, warum wird das auf einmal so hell hier? Zack, 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 zack. Kennst du die Tricks? Aber die Tricks kennst du schon, wa? Ja. Zack, 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 zack. Ja, das hat sich ja gelohnt. Hab ich sogar von meinem kleinen Bruder gelernt. Ja, einmal den hier und dann, ach verdammt, dann bist du zu langsam. Jupp. Oh, verdammt. Ah, verdammt, zu spät. Ah, jetzt ist der Gravel weg. Nochmal. Yay. Ja, also das ist... Da haben wir zumindest ein bisschen Gravel für irgendwelche Wege. Richtig. Für den Wasserweg draußen. Das ist eine blöde Idee, weil der sinkt ja. Ach ja, der sinkt ja. Stinkt. Was sinkt da denn? Oh, verdammt. Ich dachte, Schwerkraft muss man jetzt craften. In Minecraft. Kommt erstmal da hinten. Mein Gravel. So. Ach, ich hab eine Schaufel. Aber ich schwöre, ich habe hier eine Höhle gesehen. Wo ist die hin? War das nicht oben irgendwo? Oben. Ist gar nicht was gesagt. Nein, man ist schwer. Ich habe eine Höhle gesehen. Korrekt. Aber die war dann plötzlich weg. Ich weiß nicht. Ist schon dunkel. Schwö. Schon wieder die Pilze. Ey, das wird meine Chill-Lounge da oben. Da, wo ich mit den überhotten Girls abchecke. Welches Hip-Hop-Magazin hast du in letzter Zeit gelesen? Bravo Hip-Hop-Special. Ja. Das ist doch voll true. Ja, aber richtig true und street und so. Die haben voll die derben Wörter. Mhm. Vor allem hatten die letztes Mal so ein interessantes Interview mit Tupac. Aber von Dings, ne? Von letzter Woche und so. Ja. Ist schon etwas älter. So. Zack, 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 zack. Yeah, wir haben einen fetten Teppich. Gibt es hier Tiger? Ich will so einen Leopardenteppich. Ich glaube, du kannst hier orangene und schwarze Wolle machen. Aber Tiger ist das dann nicht so. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man orangene Wolle macht. Orangene Wolle. Äh, was Kürbis. Ich glaube, du musst dann gelbe Blumen nehmen und rote und daraus Farbe machen und diese Farbe dann noch mischen. Ich habe es nie gebraucht. Ich brauche eigentlich immer nur Rot und Schwarz. Haha. Mischen auch noch. Was, Zelle? Was kann man in Minecraft nicht? Geht echt hier mischen und so? Ja, klar. Ist ja cool. Das ist ja cool. Okay. Wollen wir uns mal kurz hier in eine Pofe legen? In eine Pofe? In eine Pofe. Ich lege mich gerne in deine Pofe. So. Meine Füße übrigens immer noch nicht gewaschen. Das rieche ich und schmecke ich teilweise. Aber, aber das ist nicht so schlimm, weil das riecht nicht so schlimm, äh, wie es sollte, weil, ähm, da ist schon so eine Kruste drum und das hält den meisten Geruch ab. Genau. Und deswegen verfrachte ich jetzt das Bett in mein Zimmer. Achso, ich habe übrigens aus, äh, Honeyballs und, ähm, Herr Sommers Texture Pack jetzt was zusammengebastelt. Deswegen sieht das jetzt hier ein bisschen anders aus als letztes Mal. Für die, die jetzt zuschauen, meine ich. Bei mir sieht immer noch alles gleich aus. Unglaublich. Warum, warum lügst du uns an? Warum? Weil, lustig wäre, wenn ich dir jetzt so eine Fackel an den Hinterkopf machen könnte. Dann würde ich sagen, lauf vor, lebende Fackel. Ja, das, das, ähm, hast du das schon mal gemacht zu Silvester? Eine Katze mit, ähm, Benzin übergossen und dann angezündet? Das sieht wirklich wunderschön aus, wenn die so vom Baum zu Baum springt. Nee, nee, ich habe immer, äh, Eichhörnchen genommen. Das sind, die, die klingen so ein bisschen wie die Heuler, weißt du? Achso. Das ist auch ganz cool. Das merke ich mir, das merke ich mir. So, ich brauche eine verdammte Axt. Nein. Ich laufe hier nur doof durch die Gegend und gucke in die Truhen dauernd rein. Äh, was könnte ich denn jetzt noch machen? Ich, ich bin hier voll am Arbeiten. So, hier hast du Sand. Bauneburg. Yay. Ah. Was können wir denn gleich noch mal machen, ähm. Du kannst aber am Dachboden gucken, wie das jetzt abläuft. Stimmt. Ja. So, so, so. Ich habe eine Burg gebaut. Ja, ich habe eine Burg gemacht. Gucken. Wo ist denn die? Kuckuck. Hey. Ui. Entweder ich habe zu viele oder zu wenige Pilze. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir machen da schon mal das, äh, machen wir dann halt Glas raus, so. Ach so, du kannst auch Sandglas machen. Ja. Oh, okay. Habe ich mir notiert. So. So, ich, ich glaube, ich, 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 baue du mal hier aus, ich habe, wo, ach, da ist die Bergkampung. Ich vergesse. Baue du mal hier aus, ich gehe mal eben Zigaretten holen. Genau. Und dann kommst du nie wieder, das kenne ich. Ja. Das kenne ich, Endzeit. Papa. Hier, so sieht das, so sieht das dann aus. Was denn, wo zur Hölle bist du? Ja, komm mal, komm mal raus. Okay. Hi. Hi, ich gehe mal kurz Zigaretten holen. Schreib mir. Du schreibst mir doch, oder? Äh, ja, ganz bestimmt. Okay. Nein, ich habe meine Schafe, meine geschorenen. Ich versuche jetzt gerade auszufangen, was ohne Kompass nicht so einfach ist. Ich gucke am besten so ein bisschen zurück. Ich habe dich schon fast verloren, so. Wie das aussieht. Anniose. Hi, siehst du mich winken? Hi. Ja, natürlich. Hi. Jetzt bist du weg. Oh, voll. Du bist weg. Ja, ich bin kurzsichtig. So. Kann man hier Brillen craften? Du hast ja hier Glas. Ich crafte mir eine Brille. Weiß auf. Ein Fernglas. Jo. Dauert voll lange hier mit dem Rendern. Rendern? Ja, die Welt wird ja gerendert. Ach so, ja. Ja, diese Ozeane sind ganz schön groß. Also mir, äh, irgendeiner hat auch drunter geschrieben, ähm, man kann auch ohne irgendwelche, äh, Plugins und Cheats sich teleportieren. Also falls ich weg sein sollte und die ich nicht mehr wieder finde, äh, versuchen wir das mal. Genau, und wir kennen natürlich den Comment. Kennst du den? Ja, so ungefähr. Okay. Ich dachte, wir müssen alle durchprobieren. Alle fünf. So. Ich habe Zuckerrohr gefunden. Du hast so eine offene Meerzuckerrohr gefunden? Ja, auf einer Mini-Insel. Dau. Bitte geh nicht kaputt, Schiff. Was soll ist das? Ach so. Ach, das sind Kraken. Äh. Oder Tintenfische. So. Mein Boot treibt ab. Ach, es treibt ab. Ja, du hast ja kein Paddel gecraftet. Ach, verdammt. Ich wusste, ich habe das vergessen. Bleib nicht. Hier, Boot, ich brauche dich. Ich brauche dich, Boot. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich auch nicht ohne dich. Schwimm auf mir. Das klingt sowas von falsch. Ich habe nur das Boot synchronisiert. Ich habe nur gesagt, was es gedacht hat. Mann, hier ist ja echt viel los. Das wirst du ja dann sehen in der Aufnahme, dass hier absolut gar nichts ist. Und ich versuche jetzt wieder... Als ob ich deine Videos gucke. Ach, verdammt. Ja, da war ja was. Nee. Ich habe es letztens erst gesehen und da habe ich den Creeper wieder gesehen. Und aha. Da hat meine Wunde wieder geschmerzt. Ja, das ist echt schlimm. Ich muss auch bei deinen Amnesia-Videos, muss ich immer unten rechts ein Post-It hinmachen. Ein was? So ein Post-It, so ein Klebezettel. Ach so. Ja. Ach ja. Wie einfach mal nichts kommt, außer so ein paar verkackte Tintenfische. Die sind cool. Zack. Und jetzt. Zack. Ach Gott. Was baue ich hier? Nach meiner Erfahrung fahre ich gerade zurück. Oh, da ist Land. Da ist Land. Und sehe ich das Haus. Ja. Ich bin wieder da. Ich habe Zuckerrohr mitgebracht. Du bist wieder da? Ja. Na, die Hälfte schnell unterm Bett raschen. Alles sauber. Das weißt du. Das hast du selber gemacht.